Das Autodromo Internationale del Mugello ist eine italienische Rennstrecke in der Gemeinde Scapieri e San Piero. In der Region Mugello nördlich von Florenz die Strecke hat eine Länge von 5,245 Kilometer, Eigentümer ist Ferrari. Zurzeit findet jährlich der große Preis von Italien zur Motorrad-Weltmeisterschaft sowie einige Läufe der DTM statt. Außerdem wird die Strecke oft für Formel-1-Testfahrten, vor allem von Ferrari genutzt. Geschichte Erste Rennen wurden bei Mugello im Jahr 1914 auf einer 66 Kilometer langen Strecke über öffentliche Straßen ausgetragen. Ähnlich der Targa Florio in Sizilien, nach dem Ersten Weltkrieg erlebte der Kurs eine erste Blütezeit. Fahrer wie Alberto S. Geri oder Enzo Ferrari traten hier an. Es folgten Jahre im Schatten der Mille Miglia. 1955 wurde die Streckenlänge auf 19 Kilometer reduziert. Das Ende der Mille Miglia nach dem schweren Unfall in Gaidizolo und zunehmendes Interesse am Rennsport lenkte die Aufmerksamkeit zu dieser Zeit. Wieder auf Mugello, wo von 1964 bis 1969 wieder auf den ursprünglichen 66 Kilometer Rennen ausgetragen wurden, die 1965 bis 1967 zur WM zählten. Startplatz war im Süden bei San Piro a Sieve. An Skaperie, wo das Autodrom errichtet wurde, führt die SP 503 nach Norden über den Pas Paso del Giogo, weiter nach Feiern zu Ola. Von dort nach Westen, um Baselwa auf die SR 65 zu treffen, die bei der Mille Miglia das Teilstück zwischen Bologna und Florenz bildete. Das über den Futapass führte über Barberino di Mugello wurde die Runde gegen den Uhrzeigersinn geschlossen. Den letzten WM-Lauf gewannen Udo Schütz und Gerhard Mitter auf Porsche 910, nachdem Günther Klass tödlich verunglückt war. Im Juni 1970 wurde bei einem Verkehrsunfall in Ospedaletto di Feiern zu Ola eine Gruppe Fußgänger verletzt und ein Baby getötet. Es stellte sich heraus, dass der Unglücksfahrer Sparta Codeny zuvor beim Werksteam von Alfa Romeo entlassen worden war und vermutlich illegal trainiert hatte. Das drei Wochen später geplante Rennen wurde abgesagt. Am 23. Juni 1974 wurde schließlich ein Rundkurs in Betrieb genommen, der die Basis für die heutige Rennstrecke bildet. Punkt. Punkt.